Kloster Lokum ist eine ehemalige Abtei der Zisterzienser in der Stadt Rehburg Lokum, Niedersachsen, nahe dem Steinhudermeer. Auf eine Stiftung des Grafen Wilbrand von Hallermund zurückgehend wurde es 1163 als Filialgründung des Klosters Volkenroder in Thüringen errichtet. Mit welchem es heute der Pilgerweg Lokum-Volkenroder verbindet, Prima-Abtei ist das Kloster Morimont. Heute gilt Kloster Lokum neben dem Kloster Maulbronn in Baden-Württemberg als das am besten erhaltene Zisterzienserkloster nördlich der Alpen. Das Kloster Lokum ist eine selbstständige geistliche Körperschaft in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Es dient kirchlichen Zwecken innerhalb der Landeskirche. Die Gebäude werden heute als Predigerseminar, als Tagungshaus und als Ausflugsziel genutzt. Im Jahr 2013 beging das Kloster sein 850-jähriges Bestehen. Geschichte Vorläuferanlage Namensgeber von Lokum war die Luka-Burg. Deren Reste in der Art einer Erdhügelburg sich etwa einen Kilometer südlich des Klosters in der Niederung der Folde befinden. Die Burg ist nach dem Geschlecht derer von Luka benannt worden. Ihre Entstehungszeit wird im 9. oder 10. Jahrhundert vermutet. Von der Burganlage, die aus einem aufgeschütteten Kreisrundenhügel von 40 Meter Durchmesser bestand, sind kaum oberirdische Steinreste mehr vorhanden. Bei archäologischen Untersuchungen 1820, 1893 und 1914 wurde eine 2 Meter starke und fast 3 Meter tief in den Boden hineinreichende Ringmauer gefunden. Die Burg wurde wahrscheinlich bereits vor der Gründung des Klosters aufgegeben. Seit 1820 befindet sich am Burghügel ein Grabdenkmal für einen 1818 verstorbenen Prior und Provisor des Klosters Lokum. Gründung im Jahr 1163 kamen ein Abt und zwölf Mönche aus dem thüringischen Zisterzienserkloster Volkenroda nach Lokum. Um hier eine neue Niederlassung ihres Ordens zu gründen, die Ansiedlung der Mönche erfolgte durch eine Stiftung von Wilbranti, von Lokum Hallamund als Graf von Hallamund. Um 1250 beschrieb ein Lokumer Mönch in der sogenannten Vetus Narratio De Fundatione Monasterii Luciensis, also der alten Erzählung von der Gründung des Lokumer Klosters, die Lebensumstände der ersten Mönche als dramatisch schlecht. Danach hätten die Mönche sich an einem Ort des Schreckens und weiter Einsamkeit niedergelassen. Einem Ort des Aufenthalts von Räubern und Wegelagerern. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse seien so gewesen, dass die Gründerväter Lokums in Hunger und Durst die Armut Christi nachgeahmt hätten. Trotz Kälte und Hitze hätten sie aber nicht abgelassen zu arbeiten, bis sie aus der Räuberhöhle ein Haus des Gebets gemacht hatten. Diese Zustände hätten den in den Statuten der Zisterzienser festgelegten Idealen entsprochen. Die Beschreibung entsprach jedoch nicht den wahren Umständen. Die nähere Umgebung des Klosters war besiedelt. Es ist umstritten, ob die Lukaburg, die den Kern der Stiftung bildete, noch bewohnt war. Die Nennung des zur Burg gehörenden Fronhofs in der Stiftungsurkunde des Maindener Bischofs spricht dafür. Ausweislich der Stiftungsurkunde gehörten zum Stiftungsgut zusätzlich drei namentlich bekannte Ortschaften. Auch war die Gegend nicht so unwirtlich wie beschrieben. Denn in der Umgebung Lokums hatte die landwirtschaftliche Erschließung der Sumpf- und Waldgebiete bereits begonnen. Ein vom Kloster Stifter, dem Grafen von Lokum Hallermund. Zum Schutze des Klosters ein Gerichteter-Ministerialensitz dürfte die 1183 erwähnte Burg Monechhusen auf dem Haarberg gewesen sein. Der Stammsitz des Adelsgeschlechtes Münchhausen, die heute noch stehende Kirche, wurde erst 1240 als Bau begonnen. Die Lokumer Mönche erschlossen vor allem in der unmittelbaren Umgebung des Klosters sowie um den Grinderwald größere Flächen für die Landwirtschaft. Mittelalter bereits 1279 war das Kloster Lokum Hausbesitzer in Hannover. Nach zwei ersten Buden am dortigen Hoken Magde kam 1293 ein Hof in der Osterstraße hinzu, der vor allem dem Verkauf der eigenen Getreideernte dienen sollte. Diesen Besitz erweiterte das Kloster durch den Ankauf eines weiteren Grundstückes zum Lokumer Hof. Auf dem bis ins 20. Jahrhundert hinein Geschichte geschrieben wurde, Lokum unterstand dem direkten Schutz des Reiches sowie des Papstes. Es führte den Titel eines Freien Reichsklosters. Vom Kloster Lokum ausgehend wurde 1186 DK Sekunden Kloster Rheinfeld besetzt. Für Lokum lassen sich im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts Anzeichen einer sich zu spitzenden Krise feststellen. Bereits seit 1206 hatte man begonnen, Land an Bauern zu verpachten. Was anfangs noch Ausnahmekarakter hatte, wurde dann im 14. Jahrhundert zur Regel. Es gab auch in Lokum nicht mehr genug Konversen, um die Gransi erweiter in Eigenregie zu bewirtschaften. Die Ländereien mussten aufgeteilt und an Ordensfremde ausgegeben werden. Die entstandene Grundherrschaft des Klosters unterschied sich nicht mehr von der eines herkömmlichen Benediktiner Klosters. In dieser Phase endete das wirtschaftliche Wachstum des Klosters und der Konvent geriet in immer größere wirtschaftliche Schwierigkeiten. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts musste sich Lokum verschulden, um den Unterhalt der noch verbliebenen 20 Mönche und 10 Konversen zu finanzieren. Einen Tiefpunkt stellt dabei im Jahr 1424 die Verpfändung von Messkelchen und einer Handschrift an das Kloster Schanebeck dar. Zumal die Pfänder nicht wieder ausgelöst werden konnten, es gibt auch direkte Hinweise auf die innere Krise des Klosters im 14. Jahrhundert. Mehrfach gab es mit Herren der Umgebung gewaltsame Auseinandersetzungen und Fäden, bei denen es vor allem um den Klosterbesitz ging. 1320 kam es im Verlauf eines solchen Streits zwischen dem Kloster und Konrad von Wendessen so weit, dass drei Lokumabrüder den Sohn ihres Widersachers entführten und töteten. Der Tief- und Wendepunkt der Krise wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts erreicht. Dabei war das Jahr 1454 entscheidend, in dem die Wahl eines neuen Abts anstand. Da sich in Lokum kein geeigneter Kandidat fand, setzte der Abt des Gründungsklosters Volkenroder die Ernennung des Abts Heinrich II. aus dem Kloster Marienrode durch. Der neue Abt begann die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Einer seiner Nachfolger, Abt Arnold Holt Vogt, öffnete den Konvent für nicht-adelige Chormönche. Sein Nachfolger Abt Ernst war selbst ein bürgerlicher, daraufhin verließen die adeligen Mönche das immer noch arme Kloster. Eine solche Tendenz zur Verbürgerlichung des Konvents ist typisch für die Ordensreformbewegung und nicht nur auf Lokum beschränkt. Der Erfolg der Reformen ist dokumentiert im 1504 entstandenen Visitationsbericht des Abts Nikolaus von Volkenroder anlässlich der Einführung des neuen Abts Boldewin-Klausing. Nun lebten wieder 40 Chormönche in Lokum und die wirtschaftlichen Verhältnisse waren gut. Das lässt sich unter anderem am Großen, in dem Dokument aufgeführten Wiebestand ablesen. Reformation 1585 kam das Lokumer Kloster bei Bestätigung aller bisherigen Rechte unter die Hoheit der welfischen Landesherren. Ende des 16. Jahrhunderts nahm es die Augsburger Konfession, also das Luthertum, an. Im Dreißigjährigen Krieg fanden die Lokumer evangelischen Konventualen zeitweilig auf dem Lokumerhof in Hannover zur Flucht. Nachdem das Kloster durch das Restitutionsedikt eine Zeit lang durch einen katholischen Zisterzienser-Konvent besetzt war. Mit dem Übertritt zur evangelischen Kirche war ein Ende des mönchrischen Lebens im ursprünglichen Sinn verbunden. Die Konventsmitglieder, jetzt, lutherische Geistliche, legten nicht mehr die klassischen, für die gesamte Lebenszeit bindenden Mönchs Gelübde der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit ab. Sie hatten das Recht, sich zu verheiraten. In diesem Fall mussten sie jedoch aus dem Konvent wieder austreten. Austritte sind überhaupt aus verschiedensten Gründen bezeugt und waren unproblematisch. Die Mitgliedschaft im Konvent hatte den Charakter einer zumindest potenziell zeitlich begrenzten beruflichen Stellung angenommen und war in der Regel keine Lebensentscheidung mehr. Die Gemeinschaft behielt aber ihr Klostererbe bis zur Agrarreform im 19. Jahrhundert und wurde seit dieser Zeit als kahlenbergischer Landstand geführt. Die landständische Eingliederung war verbunden mit der Übernahme des Vorsitzes in der Ständeversammlung, dem Kahlenberger Landtag. Durch den jeweiligen Abt des Klosters eine Aufgabe, die bis heute wahrgenommen wird, Hexenprozesse. Im Stiftsgebiet Lokum gab es zwischen 1581 und 1661 insgesamt 54 belegte Hexenprozesse. Höhepunkt waren die Jahre 1628 bis 1638 während der konfessionellen Auseinandersetzungen. Etwa 33 Menschen wurden in Hexenverfolgungen hingerichtet. Mit 15 Frauen und 5 Männern gehörten die meisten der Angeklagten zur Gemeinde Wiedensaal. Eine besondere Rolle spielte der evangelische Pastor Heinrich Rimpfow, später Superintendent in Verden. Genannt großer Hexenverfolger und Hexenriecher, er publizierte ein 1647 Dekasekundenbuch Drachenkönig das ist wahrhaftige deutsche christliche und hochnaufwendige Beschreibungen des grafsamen hochvermaledeiten Hexen- und Zauberteufels in Rinteln. In einem der letzten Prozesse wurde am 2. Juni 1660 Gäsche Köllers, VW. Weimers aus Wiedensaal, im Stiftsort durch das Schwert hingerichtet. Klosteranlage Das Kloster Lokum ist bekannt für seine gut erhaltene, bis in die spätromanische Zeit zurückreichende Bauanlage mit Kirche, Kreuzgang und den anliegenden Räumen sowie den Wirtschaftsgebäuden. Auch die zum Kloster Lokum gehörende Teich- und Waldlandschaft in der Umgebung erlaubt Einblicke in die ursprüngliche Organisation des ehemaligen Klosters als Wirtschaftsbetrieb Klosterkirche Die Klosterkirche Sankt Maria und Georg wurde wahrscheinlich in den Jahren von 1230 bis 1280 errichtet. Die Stiftskirche wurde in den Jahren 2010 bis 2012 grundlegend saniert, um die Statik der historischen Klosterkirche zu sichern. Außerdem wurden die Seitenkapellen ausgebaut und eine neue Orgel aufgestellt. Neu angeschafft wurde ein Bronzeguss am Plexus des Künstlers Werner Franzen. Es handelt sich um einen Abguss eines Werks, das sich im Altenberger Dom befindet. Es zeigt Jesus, der sich vom Kreuz herabbeugt, um den Zisterzienser Mönch Bernhard von Clairvaux und den ebenfalls knienden Martin Luther zu umarmen. Punkt, 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 Punkt. Orgeln Die Geschichte der Orgeln in der Klosterkirche reicht zurück in das 14. Jahrhundert. Das erste, größere Orgelwerk wurde wohl 1417 erbaut, unter Verwendung von Material des ersten, kleinen Instruments. 1599 erbaute der Orgelbauer Andreas de Mare die dritte Orgel, die im 18. und 19. Jahrhundert erweitert und in einem neuen Gehäuse untergebracht wurde. 1947 wurde das Instrument beim Brand der Kirche, verursacht durch einen Brand im Orgelmotor, vernichtet. Es hatte 32 Register auf drei Manua-In- und Pedal. 1956 erbaute der Orgelbauer Paul Ott eine neue Orgel, deren Rückpositiv 1963 fertiggestellt wurde. Das Schleifladen-Instrument hatte 40 Register auf drei Manua-In- und Pedal. 2011 wurde diese Orgel durch einen Neubau der Werkstatt Orgelbau Romanus Seifert und M. P. Son ersetzt. Dieses Instrument hat 37 Register auf drei Manua-In- und Pedal. Ein Großteil der Register des Hauptwerkes steht auf Wechselschleifen, die damit eine Registrierung auf das zweite Manual ermöglichen. Die Spieltrakturen und Koppeln sind mechanisch und elektrisch, die Registertrakturen sind elektrisch. Die Orgel verfügt zudem über ein mitteltöniges Werk mit sieben Registern, das vom ersten Manual aus anspielbar ist. Die Register des spanischen Werks sind überwiegend in Bass- und Diskantseite unterteilt. Rechtsstellung Die heutige Rechtsstellung des Klosters Locum ergibt sich aus der Kirchenverfassung der Hannoverischen Landeskirche und der Klosterverfassung. Die landeskirchliche Rechtsetzung billigt dem Kloster Locum eine weitgehende Autonomie einschließlich des Rechts auf freie Abwahl zu. Allerdings werden die landeskirchlichen Aufsichtsrechte, die durch den Kirchensenat ausgeübt werden, gewahrt. Die einzige durch die Kirchenverfassung festgelegte Aufgabe ist der Unterhalt des Predigerseminars. Bis heute gehört das Kloster offiziell zum Orden der Zisterzienser und zur Gemeinschaft evangelischer Zisterziensererben in Deutschland Konvent. Kloster Locum als selbstständige geistliche Körperschaft besteht aus dem Abt, der den Vorsitz innehat. Und den in der Regel vier bis acht Konventualen, diesem neunköpfigen Konvent, dem Kloster, gehören zumeist geistliche und Juristen an. Er ergänzt sich selbst. Der Landesbischof der Hannoverischen Landeskirche ist Mitglied eigenen Rechtes. Der Konventualstudiendirektor des Predigerseminars ist für die Dauer seiner Amtszeit Mitglied. Die Konventualen und der Konvent wählen den Abt und den Prior des Klosters Locum. Der Konvent ist grundsätzlich frei in der Abwahl. Allerdings hat der Kirchensenat der Hannoverischen Landeskirche das Recht der Einflussnahme auf die Wahlliste. Das Konvenzhaus wurde zwischen 1778 und 1780 als eindrucksvoller spätbarocker Fachwerkbau neu errichtet. Verbundene Einrichtungen Predigerseminar Das Predigerseminar der e.V. Lut. Landeskirche Hannovers im Kloster Locum wurde 1820 gegründet. Es ist eine Einrichtung der Hannoverischen Landeskirche und seit 2009 deren einziges Predigerseminar für die Ausbildung von Vikaren nach dem Studium. Während der zweiten Ausbildungsphase zum Pastor. Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen werden auch Vikare der anderen Landeskirchen auf dem Gebiet Niedersachsens und Bremen ausgebildet. Das Predigerseminar wird von einem Kuratorium beraten und beaufsichtigt. Den Vorsitz führt ein Vertreter der Ausbildungsabteilung im Landeskirchenamt Hannover. Zudem gibt es den Ausbildungsbeirat, in dem Vertreter der an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen und Gremien einen runden Tisch bilden. Die Leitung des Predigerseminars obliegt dem Konventualstudiendirektor, der vom Kuratorium im Einvernehmen mit dem Konvent des Klosters Locum vorgeschlagen und von der Landeskirche Hannovers berufen wird. Die Wurzeln des Predigerseminars reichen bis in die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Ein geregelter Studienbetrieb begann auf Initiative des Abtes Johann Christoph Sealfeld im Jahre 1795. In den welfischen Ländern gab es zuvor bereits praktisch-theologische Ausbildungseinrichtungen, wie an den Landesuniversitäten in Helmstedt und Göttingen Akademie. Seit 1952 wirkt die Evangelische Akademie der Hannoverischen Landeskirche östliches Klosters. Lokumer Vertrag Am 19. März 1955 wurde im Kloster Lokum der Lokumer Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen abgeschlossen. Er regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und den evangelischen Kirchen, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt sind. Der im Lokumarefektorium unterzeichnete Vertrag ist richtungweisend für die Beziehungen zwischen dem Staat und den evangelischen Landeskirchen in Deutschland geworden. Äbte des Klosters in evangelischer Zeit Der Titel des Abtes wurde über die Reformation und das Ende des klösterlichen Lebens hinaus bis heute beibehalten. Johannes Finger Johannes Bese Theodor Strake Dieser Abt orientierte sich im Rahmen des behutsamen Übergangs des Klosters zum lutherischen Glauben offenbar wiederum stärker am römischen. Bekenntnis Ein Gemälde des 2,05 Meter großen Mannes befindet sich an der Südwand des Kreuzganges im Kloster. Das Taufbecken im Westen der Klosterkirche ist nach seinem Maß gefertigt. Johannix Kizzo Geboren 1594 als Sohn eines Pastors in Minden. Nach dem Studium der Theologie wurde er 1629 zum Nachfolger des verstorbenen Abtes, den er schon vorher vertreten hatte. Seine Amtszeit fiel in die unsichere Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Ein Jahr nach seiner Einführung wurde durch kaiserliches Dekret die Rückführung des Klosters in katholische Obrigkeit verfügt. Da Kizzo nicht konvertieren wollte, wurden nacheinander zwei katholische Äbte eingesetzt. Erst als Gustav Adolf an Einfluss gewann und sich die Lage der Evangelischen wiederbesserte, konnte K. sein Amt 1634 wieder übernehmen, das er bis zu seinem Tod inne hatte. Seine Ehefrau, die er mit fürstlichem Dispens heiratete, durfte nicht in einer geringeren Entfernung als zwei Meilen vom Kloster wohnen. Sein Grab befindet sich in der nordöstlichen Ecke des Kapitelsaales. Johann X. Kotzebü, geboren 1616 als Sohn eines Pastors und Rektors in Quedlinburg. Studium der Theologie in Wittenberg und Helmstedt. Bereits konventual in Lockum wurde Kotzebü 1657 mit 41 Jahren zum Abt gewählt. Er bekleidete dieses Amt bis zu seinem Tod 1677. Fünf Jahre nach seiner Einführung heiratete er. Ebenfalls mit fürstlichem Dispens unter Rücksicht auf seine Leibesschwäche, auch seine Ehefrau durfte nicht im Kloster wohnen. Kotzebü hatte sechs Kinder. Sein jüngster Sohn wurde Abt von Bursfelde. Gerhard Wolter-Mulanus, Just Christophe Rosböhmer, Georg Wilhelm Ebel, Christoph Heinrich Schapuseau, Johann Christoph Saalfeld, August Ludwig Hoppenstedt, anschließend Wackerns bis 1832. Friedrich Rupstein, Gerhard Ullhorn, Georg Hartwig August Marra Renz, Johannes Lilje, Eduard Lose, Horst Hirschler, Konventualstudiendirektorin des Predigerseminars. Film, Mauern für die Ewigkeit, Dokumentarfilm, Deutschland, 2012, 58 zu 30 MIN, Buch und Regie, Hanna Legates, Produktion, NDR, Reihe, Die Nordstory, Erstsendung, 29. März 2013 bei Phoenix, Inhaltsangabe von ARD.